Ok Stefan hat einfach komplett übertrieben. Wir packen seine Bestellung. Nutscummy Clusters Und wir gehen jetzt zum Glücksrad für dich drehen Dein erster Gewinn sind gefriergetrocknete Skittles Und dein zweiter Gewinn sind die Chippoys Da du so viel Süßes bestellt hast, habe ich mich für die sauren Skittles entschieden Die sind so lecker und kommen jetzt in dein Paket Und für eine scharfe Abwechslung sorgen die Chippoys, Chili und Lime Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit...